Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Civitatem in unserem kleinen Dörfchen. So, es ist Nacht geworden und dann kann ich euch erklären oder sagen, dass unsere Arbeiter bis 23 Uhr arbeiten. Anschließend legen sie sich hin und um 5.30 Uhr, ja, ist quasi Weckenszeit und dann geht's wieder von vorne los. Und wenn die später Häuser haben, dann ist es so, die um 23 Uhr, obwohl, ne, anders, also die Einwohner werden jede Stunde sich selber quasi überprüfen, hab ich Hunger, hab ich Durst. Wenn die um 23 Uhr feststellen, oh, ich hab Durst, dann gehen sie zum Brunnen. Oder die stellen um 13 Uhr fest, ich hab Durst, dann gehen sie zum Brunnen. Es ist aber immer quasi mit voller Stunde überprüft jede Person seine Bedürfnisse, was gerade gebraucht wird. Und beim Schlafengehen ist es genauso, da 23 Uhr, aber da wird auch nochmal geguckt, hab ich denn nochmal Hunger. Beim Hunger ist es übrigens auch so, ja, immer volle Stunde, wird geguckt, hab ich Hunger, ja, und dann geht's los. Aber beim Schlafengehen ist es nochmal besonders, da wird nochmal geguckt, hab ich vor dem Schlafengehen Hunger. Wenn ja, jagen sie sich noch was zwischen die Kiemen und gehen anschließend dann schlafen. Ja, so das ganze Prozedere. Okay, unser Brunnen steht, ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. So, Steine, 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 was haben wir an Holz? 12 Uhr. Und mit quasi Anbruch des nächsten Tages, jetzt ist erstmal gleich 23 Uhr und alle werden sich hier am Stockpile sammeln. Kommt auch eine kleine Musik. Einer wird das Lagerfeuer errichten. Und dann wird man gemeinsam am Feuer schlafen. So, ganz kurz bevor das jetzt hier gebaut wird, das erste Haus. Denn das macht gerade jetzt in der Nacht. Ähm, ihr seht... Okay, ich hab gelogen. Ähm, es sind alles Familien. Also hier Daniela van der Wolfen und Christian van der Wolfen sind ein Pärchen, ja. Und die brauchen auch ein Haus. Also es ist nicht so, dass man jetzt hier sechs Häuser bauen muss und die sich dann irgendwann alle zueinander finden und sich verheiraten. Sondern man startet quasi mit drei Familien. Okay, ich bin davon ausgegangen, dass wenn ein Haus gebaut wird, dann heiraten einfach zwei. Aber, ja, okay, jetzt sehe ich es auch. Es sind von Anfang an drei Familien. Drei Pärchen. Und die ziehen dann zusammen in ein Haus ein. Okay, so, Summer. Summer. Summer oder Sommer? Aber nicht Summer. Wir haben also den Sommer erreicht. Und ihr seht, ein paar Bäume sind... Naja, hier sind ein paar nachgewachsen, aber auch noch nicht so groß. Wobei ich gar nicht weiß, ob die hier wirklich gewachsen sind. Wobei ich das Gefühl habe, es sind weniger Bäume als sonst. Naja, auf jeden Fall sehen wir, dass hier wieder ein paar Bären sind. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass die nicht nachgewachsen sind. Also die Büsche hier sind alle nicht reif. Was war denn überhaupt im Stockpile? 110, das reicht vorne und hinten nicht. Das reicht vorne und hinten nicht, meine Damen und Herren, kann ich euch schon sagen. Deswegen werden wir jetzt hier einfach nochmal komplette Ernte machen. Von allem, was wir finden. Und Holz reißen wir auch nochmal ein bisschen was ab. Denn wir müssen Vorräte schaffen. Also Holz wächst zwar auch im Winter und im Herbst. Im Gegensatz zur Nahrung. Aber, ja. Bevor unsere Leute hier arbeitslos sind, können sie auch gleich mal anbauen. So, Familie Van der Wolfen. Ja, da sieht man es auch aus auf Van der Wolfen. Zieht also jetzt ins neue Haus. Holt erstmal, ja, ein bisschen was zu essen. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ach, da oben, wir haben nichts zu tun. Wir könnten natürlich schon mal ein weiteres Haus bauen, denn wir haben ja mehr Familien. Deswegen sieht auch ein bisschen optisch anders aus. Bauen wir das nächste Haus mal hier hin. So, denn das ist jetzt das nächste, was ich machen will. Ich will erstmal alle Familien unter einem Dach haben. Und dementsprechend wird Kralle jetzt hoffentlich... Okay, was macht er? Achso, er läuft eigentlich einfach nur rum. Aber eigentlich solltest du jetzt Holz und so weiter sammeln und Steine und die hier drin bringen. Ja, unsere Frau, die füllt noch das Häuschen auf. Mit Vorräten. Genau, Wasser wird nämlich auch geholt. Dann müssen wir nicht immer zum Brunnen laufen, sondern können uns dann hier auch in unserem Häuschen mit Wasser versorgen. Genau, zehn Stück. Ich glaube, sie wird nochmal loslaufen. Und wahrscheinlich nochmal was zu essen holen. Some of your what? Ich habe die Nachricht nicht gelesen. Ja, okay, some of irgendwas. Dann muss ich noch erklären, dass Leute, ja, quasi abhängig von ihrer Moral arbeiten und hier leben. Ähm, also, je höher die Moral ist, umso mehr arbeiten die Leute und umso länger arbeiten die Leute. Ähm, deswegen sollte man immer darauf achten, dass die Moral bei allen hoch ist. Ähm, ja, dazu muss man halt die drei Sachen hier mal so weit oben wie möglich halten. Bei Daniela müsste es... Ja, okay. Ich weiß gar nicht, ob das immer der Mittelwert ist. Könnte... Ja, ist der Mittelwert von den drei Sachen. Der sollte die 50 nicht unterschreiten. Also, so hier 49 ist eigentlich immer blöd. Denn es ist so, dass nach... Quasi nach Ende des ersten Jahres können uns Leute auch verlassen. Ähm, bis dahin haben wir so ein bisschen Schutzfrist. Also, das erste Jahr, ähm, da ist die Moral noch so ein bisschen unwichtig. Ab dem zweiten Jahr ist es so, dass wenn Moral unter 50 ist, uns die Leute verlassen können. Ähm, und je weiter sie unten ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns die Leute verlassen. Deswegen sollte man so schnell wie möglich, wie gesagt, darauf achten, dass man alle drei Bedürfnisse hier befriedigt auch. Also, deswegen bauen wir auch die Häuser schnell alle schnell auf, damit wir einen Wert dann schon mal bei 50 haben. Und zwar dauerhaft bei 50. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man das auch noch steigern kann hier mit dem Haus. Hier können wir es nur abbreißen. Ähm, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es möglich ist, das Bedürfnis Haus über 50 zu bekommen. Ähm, ja, der Rest, seht ihr ja, ist definitiv machbar, dass man darüber kommt. Und, es ist auch so, dass unsere Einwohner, ähm, quasi mit dem vollendeten 18. Lebensjahr, äh, ähm, war, Entschuldigung, altern die ein Jahr pro Jahr. Also logisch, ein Jahr geht rum, sie werden ein Jahr älter. Bei Kindern ist es ein bisschen anders. Ähm, ihr werdet bald sehen, dass wir hier Nachwuchs haben werden in unseren Hütten. Und bei Kindern ist es so, die altern jede Saison, also jede Jahreszeit wird das Kind ein Jahr älter. Ähm, sprich also in einem wirklichen Jahr werden die vier Jahre älter. Und mit 18, mit 18 ziehen die glaube ich aus und dann altern sie wieder pro Jahr. Also nicht vier Jahre im Jahr, sondern nur ein Jahr im Jahr. Also, ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, muss ich allerdings lügen, wann die ausziehen. Ob mit 18 oder schon früher, äh, Population, nee, Basic Needs, äh, irgendwo hier stand das, ne, hier ist nur die allgemeine Erklärung. Ich glaube, das war später irgendwann. Ah, Skills and Attributes, Misk, äh, da, 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 Hörbelist und wichtig, Hunter und wichtig, Baker, Blacksmith und hier, Villager und Villagerlist. Ah, hier steht das irgendwo. Ja, ich hab's auf jeden Fall irgendwo gelesen. Ich suche euch das raus und sag euch das in der nächsten Folge. Ähm, ich will jetzt nicht hier die 15 Seiten nochmal durchlesen. Aber, also meiner Meinung nach, ab 18 Jahren ziehen die aus in ein eigenes Wohngebäude. Ähm, und wenn man einen weiblichen und einen männlichen Einwohner hat, der zufällig, oder die zufällig Single sind, dann heiraten die und machen neue Kinder und neue Familien. Ja. Also wie im wahren Leben. Gut, dann, dritter Haus haben wir. Noch nicht. Möchte ich sagen. Und dann machen wir es hier hin. Ich mach das jetzt nicht, also ich hab beim ersten Mal, wo ich's gebaut hab, hab ich hier immer einen Reihen gebaut und geguckt, dass die alle so beieinander passen. Ähm, ist mir jetzt egal. Ich baue jetzt hier querbeet. Ja, so wie man früher auch wahrscheinlich eher gebaut hat. Da waren's keine Planquadrate, wie heutzutage in New York oder so weiter. Und deswegen... Mach ich das mal so. Okay, dann setzen wir ein paar Wege. Auf Wegen ist es aus irgendeinem Grund, wie in jedem anderen Aufbauspiel, oder in vielen anderen Aufbauspielen, man bewegt sich deutlich schneller auf Wegen. Ich hab's... Oh, ich weiß gar nicht, welches Let's Play das war. Aber in irgendeinem Let's Play auch schon mal gesagt. Also, mir ist nicht bewusst, dass ich auf einer Wiese langsamer laufe als auf Asphalt. Ist mir persönlich noch nicht aufgefallen, dass ich auf Asphalt doppelt so schnell laufe wie auf einer Wiese. Ich weiß nicht, wie's bei euch im Leben so ist, aber ich laufe eigentlich fast überall gleich schnell. Gut, außer am Wasser vielleicht. Ähm, oder in ganz hohem Gras, wenn ich wahrscheinlich die ganzen Büsche im Gesicht hab, dann laufe ich auch nicht so schnell. Aber auf einer Wiese laufe ich genauso schnell wie auf dem Weg. Und auf einem Dreckweg laufe ich genauso schnell wie auf einem Asphaltweg. Ähm, deswegen verstehe ich immer nicht, warum in den ganzen Aufbauspielen so ein Hype um Straßen gemacht wird und warum das so einen Effekt hat, weil es ist nicht realistisch, finde ich. Aber gut, ja, ist meine Meinung. Aber hier ist es auch so, dass wenn man Wege baut und die verbrauchen keine Ressourcen, sondern die werden einfach so gebaut, ähm, dann bewegen sich die Leute hier schneller als über die Wiese. Oder über Dreck hier. Ja. Wie gesagt, aus welchen Gründen auch immer. Okay, so, Haus 2 steht. Hier ist Familie Bot eingezogen. Haus of Bot. Genauso wie meine Abonnenten, alles Bots. Nein. Spaß. Ich danke euch allen. So, wir haben keine Ressourcen. Ähm, ich könnte eigentlich auch mal einen von euch zum Gatherer machen. Herzlichen Glückwunsch, du wirst Gatherer. Oder du wirst Miner? Und mal gucken, haben wir hier noch einen? Nö, naja, obwohl es geht sogar. Okay, dann wirst du mal bitte. Ach, egal. So, komm Amigo, du bist Gatherer. Und dann sammeln wir nochmal Nahrung, denn wir müssen unsere Vorräte wieder aufstocken. Seht ihr, wir sind noch bei 60. Holz wird hoffentlich aber auch gefällt. Ja, die Wege sind natürlich jetzt ein bisschen weiter als sonst. Aber Snow is going to get some food und Camillia oder Camillinia is going to get some food. Also, die haben jetzt festgestellt, um 13 Uhr, boah, ich hab ja Hunger. Ich glaub, ich hier mal was essen, wa? Und dann gehen sie essen. Und dann steigert der Wert, oder steigt der Wert hier wieder. Und wir kommen auf eine Moral von 58. Sehr schön. So, ja, du hast nichts zu tun, deswegen kannst du auch einen anderen Beruf erstmal nehmen. Sei mal bitte jetzt Gatherer. Denn Holz haben wir zwei. Oder Holz haben wir auch zwei. Ach, wir haben nur einen Holzfäller. Gibt mal einer an. Dann machen wir einen jetzt zum Holzfäller. Vorzugsweise bitte Sie und nicht Ihnen. Ich sollte mir das echt beibehalten, dass ich manuell die Berufe ändere. So, dann können wir jetzt auch mal doppelte Geschwindigkeit machen. Denn jetzt wird nicht viel passieren, außer Ressourcen sammeln. Und wie gesagt, wir brauchen zehn Holz. Und dann können wir das dritte und letzte Haus bauen. Für die dritte und letzte Familie. Das ist dann die Familie. Bottler-Werra? Patrick Bott. Bottler-Werra? Wo sind die andere? Daniela van der Wolfen G. Okay, die hat dann noch einen zweiten Namen. Hier, Exoriad. Herr Exoriad und Frau Exoriad White. Also die behalten ihre Mädchennamen auch noch. Was aber nicht wichtig ist. Denn auch in der Übersicht wird, glaube ich, nur der Nachname angezeigt. Genau. Bott, Bott. Name, Health, Energy, Moral, Age, Tools, Close. Okay, kann man auch noch ein bisschen sortieren, wenn man es möchte. Aber alles gut. So, jetzt haben wir genug Holz. Jetzt können wir Kralle. Ah, wenn wir ihn finden. Ne. Wo ist er denn? Da. Du bist mal bitte wieder Baumeister. Und, sehr schön, die Speisekammer 40, 190 ist, naja, könnte knapp werden bis zum nächsten Frühling. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen sammeln gehen jetzt in der nächsten Zeit. So, wir bauen erstmal nach die Nase hoch. Ich stelle das nächste Haus und dann gehen wir dahingehend über, dass wir uns ein wenig neue Jobs schaffen. Denn, wie schon erwähnt, im Winter und im Herbst ist nicht alles nutzbar. Oder beziehungsweise nicht alles an Arbeit vorhanden, wie jetzt im Frühling und im Sommer. Denn Bären wachsen nicht mehr im Herbst, meiner Meinung nach. Kann auch sein, dass ich mich gerade um eine Jahreszeit vertue und das nur im Winter quasi keine Bären ernten. aber sind. Aber ich, mir war so wie, als wenn im Herbst auch die ganzen Büsche weg sind. Gucken wir aber gleich mal. Denn wir haben es ja gleich geschafft und sind im Herbst. Ja, 2020 ist schon deutlich besser. Aber, können wir auch schon mal setzen direkt. Wir bauen uns eine weitere Nahrungsmittelquelle. Also, hier oben sind wir durch. Wege haben wir gebaut, Brunnen haben wir, Barren haben wir, Stockpile haben wir und Häuser haben wir. Man kann tatsächlich auch so durchgehen, dass die Gebäude in der ersten Reihe sind die ersten, die man auch bauen sollte. Und anschließend kann man dann in der zweiten Reihe sich ausleben. So, da können wir mal kurz durchgehen. Blacksmith für die Tools. Ja, könnte man machen. Will ich aber nicht. Herbalist für, ja, quasi Kräuter sammeln und Heiltränke zu machen. Dann haben wir hier einen Hunting, also einen Jäger. Dann haben wir ein Feld, eine Mühle und eine Bäckerei. Wir beginnen mit dem Jäger. Denn der bringt uns eine neue Nahrungsquelle ein, nämlich Tiere zu jagen und dementsprechend dann Fleisch und ja, nur Fleisch. Ach nee, und Klamotten. Aber dazu komme ich dann gleich. So, bauen wir erstmal hier dann noch den Jäger hin. Den Hunter. So, da haben wir auch das nächste und letzte Haus. Sehr schön. Damit haben Ende des Sommers alle Menschen Arbeit, äh, quasi ein Dach über dem Kopf. Und wir haben alle Grundbedürfnisse von sämtlichen Einwohnern gestillt. Sehr schön. So, 23 Uhr, Feierabend. Villagers are going to sleep. Hier so, jetzt schläft nämlich keiner mehr vor der Haustür oder vor dem Stockpile. Und ihr seht, hier haben wir einen, einen Weg schon gebaut. Die sind dann so ein bisschen, ja, intensiver von der Farbe und nicht so, ja, so ausgegraut wie hier. und hier würde sich schneller drüber bewegt werden als über den normalen Boden. Genau, da seht ihr, es gibt zwar noch Bärenbüsche, aber die sind alle nicht mehr reif. Deswegen ist das leider alles, ja, nicht mehr nutzbar für uns und wir können sagen, wir machen aus unseren zwei Gatherern dann in, am nächsten Morgen, ähm, was anderes. Nämlich, ja, wahrscheinlich Holzfäller und Minenarbeiter. Okay, hier holen irgendwo Wölfe. Aber es ist nur quasi in der Musik und nicht hier auf unserer Karte. Ich war ein wenig erschrocken gerade. So, die Rahmen sind auch schon aktiv. Sehr schön. So, doppelte Geschwindigkeit. Kralle trägt erstmal wieder ein paar Sachen hier hin zum Stockpile, äh, zur Hunting Lodge. Und wenn wir es 5.30 Uhr haben, dann werden wir hier alles mal ein bisschen neu sortieren an den Arbeitsaufgaben und dann gucken wir mal, wer hier noch was übernimmt. da unten haben wir noch einen Baum. Können wir aber auch nochmal ein paar neue machen. So, ich denke mal, das sollte reichen. Wir können hier auch nochmal ein paar Steine abbauen. So, hier dürfen keine Menschen noch. Hier unten haben wir noch ein paar Steine. So, 5.30 Uhr. Okay, dann gehen wir mal durch die Leute durch. Also, wir haben Gatherer, die werden eingestellt. Und dann gucken wir mal, auf V kann man sich glaube ich Arbeitslose anzeigen lassen. So, du bist mal bitte Miner. Dann haben wir nicht einen zweiten. Und dann haben wir noch Daniela und die ist bitte Holzfällerin. So, nochmal drei Holzfäller. Sie könnte auch bauen eigentlich. Du baust mal bitte mit. Mit deinem Mann zusammen, also mit uns, mit Kralle. So, und da müssen wir jetzt hoffentlich gleich durch sein. Uns fehlt eigentlich nichts mehr. Zwei Holz, aber die kommen jetzt noch. Und dann haben wir alle Sachen. Ach nee, wir brauchen noch fünf Steine, alles klar. Aber die haben wir zum Glück auch noch. Stockpile von 120, das ist sehr wenig. Okay, und das Problem ist nämlich auch, dass Nahrung verrottet, also, oder spoilt, verdirbt. Und dementsprechend, ja, sollte man auch im Winter Nahrung nachjustieren, beziehungsweise Nahrung sich besorgen. und das machen wir jetzt mit dem Hunter. Der wird nämlich dann hier auf Jagd gehen und die kleinen Rehe hier jagen und aus diesen dann ein bisschen Fleisch prügeln und das Fell sich nehmen. Denn im Winter, da wird es sehr kalt und unsere Einwohner sind im Winter, ja, die frieren relativ schnell und deswegen sollte man sich ein paar Klamotten machen. Und das macht man auch hier in dieser Hunter Lodge. Nämlich der Hunter, der wird erstmal Tiere jagen und von jedem Tier gibt es quasi ein Fell und aus dem Fell da kann man dann wieder Klamotten machen. Seht ihr hier auch ganz gut. Wir sagen mal, ich glaube, Kralle habe ich extra zum Mili gemacht, genau aus dem Grund nämlich. So, du bist jetzt Hunter, dann sagen wir, jage mal bitte, weiß ich nicht, fünf Rehe. So, dann wird er jetzt hoffentlich gleich losrennen und Rehe jagen gehen. Wir bauen in der Zwischenzeit schon mal das nächste Gebäude, denn wir bereiten uns schon mal auf die nächste Jahreszeit vor. Und zwar machen wir das mit einer, mit einem Feld. Und zwar würde ich die Felder gerne hier hinbauen. So, dann machen wir hier noch einen Weg runter zu dem Feld. So, dann haben wir hier so einen kleinen Wege Karte und wir können mal Kralle ein bisschen beobachten. Er geht jetzt zu irgendeinem Reh und versucht das jetzt zu schießen. Okay, diesmal ist Kralle eigentlich relativ geübt. Beim ersten Mal hatte ich einen Wert von, ich glaube, so Mitte 20 und der hat einfach nichts getroffen. Also, es hat Jahrhunderte gedauert, bis der mal ein Tier erlegt hat. So, jetzt bin ich mal gespannt, wann er hier loslegt. Eigentlich müsste er jetzt demnächst anfangen. Tiere zu jagen. So, jetzt sucht er sich einen Reh aus. Warum machst du denn nichts? So, fünf Stück. Fangen wir bitte an zu jagen. Okay, irgendwie macht das nicht. Ja, wie gesagt, Alpha. Es kann sein, dass das hier noch ein bisschen verpackt ist. Hallo? Okay, jetzt bewegt er sich wieder. So, jetzt sage ich ihm, dass er, jetzt fängt er an. Okay, er hat gerade irgendwie festgesteckt. so, so, aber jetzt geht er auf Jagd und versucht hier sein Glück. Okay, ist deutlich besser als beim ersten Mal. Ja, deutlich besser. Also, beim ersten Mal hat das Jagen von Rehen wirklich richtig, richtig lange gedauert. Da habe ich schon gedacht, er wird nie fertig. das sieht ein bisschen pervers aus, muss ich sagen. Wie, als wenn er da mit seinem Schlingel ein bisschen rumspielt, aber er schneidet quasi die Haut ab und das Fleisch raus. So, komm, werde mal fertig. Und dann werden wir gleich sehen, dass hier einmal Leder ankommt und das Fleisch, das wird dann hier in die Bahn gepackt. Feld, okay, wird nebenbei gebaut, sehr schön. So, der schneidet und schneidet und schneidet. Ja, weil Sieger ist natürlich erstmal noch so eine Pfeife. Also, erlegen kann er sie ganz gut, aber, ja, kaputt schneiden, das nimmt ein bisschen mehr Zeit in Anspruch, aber jetzt hat er es geschafft und, ja, hat auch gleich mal seine Fähigkeit verdoppelt. Sehr schön. So, da läuft er mit der Schenkel oder mit der Keule rum. Die wird jetzt hier abgeliefert. Ein Reh bringt fünf Fleisch, ist nicht ganz so viel, ähm, sättigt aber meiner Meinung nach einfach besser und jetzt hat er auch noch nebenbei ein, einmal Fell quasi von dem Reh, was er hier auch sammelt. Das ist sehr wichtig. So, aber es geht erstmal weiter. So, 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 jetzt hat er zwei, dreimal ziemlich daneben geschossen. Und jetzt steckt er schon wieder fest. Okay, jetzt hat er sich wieder beruhigt. Okay. Sehr schön. Jetzt hat es sich quasi freiwillig ergeben und ist in uns reingelaufen. So, gut, okay, dann machen wir erstmal Feierabend für die zweite Folge von, ähm, äh, Civitatem, natürlich. Jetzt, äh, war ich ganz kurz auf dem Schlauch gewesen. Von Civitatem. Ja, das also war's mit Folge 2 in der nächsten Folge. und ich hoffe, dass wir dann, ähm, auch noch genug Einwohner haben, wenn der Winter vorbei ist und es Richtung Frühling geht. Dann schauen wir mal. Ähm, ja, schauen wir auch, wie es weitergeht und würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen würden. Also, bis dahin sei erstmal vielen herzlichen Dank, haut rein, ciao und tschüss.